Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Prost! Prost! Auf unsere Stärke! Auf unsere Stärke! Er kann besser nähen und ich kann besser gucken. Ich finde die Löcher und er macht's Idee. Beine nach vorne! Beine nach vorne! Genau! Es ist ein nasser Landstrich im Nordwesten Schleswig-Holsteins. Zwischen Husum, Schleswig, Rendsburg und Heide. Drei Flüsse schlängeln sich hier durch Wiesen und Moorer. Warte, kannst du noch mal ein Bett hochholen? Ja. Hier fehlt noch was. Hier kann auch was hin. Ordentlich Zweige mit einbinden. Dicke Nestränder finden Störche gut. Und natürlich, je höher der Mast, umso besser. Und da habe ich gesagt zu meinem Mann, ich möchte auch mal ein Mast haben. Du hast es wohl nicht gut. Und nun ging das. Ja. Es gilt, weil ein großer Energieversorger und der NABU die Sache unterstützen. Das war ein Spezialwunsch von Frau Lorenzen. Sie ist schon so und so lange im Storchensschutz tätig. Ich denke schon fast 50 Jahre. Und jetzt auf ihre alten Tage möchte sie noch ein... Wäre es schön, wenn sie einen Storchenspaar im Garten hätte. Und dann haben wir uns gesagt, okay, den Wunsch wollen wir ihr erfüllen. Hans Gerhard Dirks So, passt wunderbar. ist NABU-Vorsitzender von Bergen Hosen. Dieses Nest in Rita Lorenzens Garten ist bestimmt das Zwanzigste, das er mit aufbaut. Oben kommen Pferdeäpfel ins Nest. Pferde misst Gas-Ammoniak aus. Und das ist ein Mittel, das eben gut ist gegen Parasiten aller Art. Gegen Milben, Haarlinge, Federlinge. Alles das, was ein Vogel normalerweise mit sich rumschleppt. Und natürlich auch die Störche. Und der zweite Trick? Gleich noch weiße Farbspritzer oben aufs Nest. Sozusagen nachgemachter Storchensheet. Lockt an. Weil signalisiert, das Nest war schon mal bewohnt, muss also gut sein. Fertig. Bloß, jetzt ist schon Mai. Zu spät, um noch Storchennachwuchs groß zu ziehen, sagen die Fachleute. Aber so schnell will Rita Lorenzen sich den Spaß nicht verderben lassen. Ein Prost auf unser neues Storchennest. Ich bedanke mich recht herzlich und freue mich und würde noch mehr freuen, wenn noch tatsächlich ein Storchenpark kommt in diesem Jahr. Prost. Prost. Auf unsere Störche. Sommer bei den Störchen von Bergen-Hosen. Prost. 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 so lange geschlafen, da kommt man. Hans-Gerhard Dirks baut nicht nur Storchennester, er betreut auch Storchenkinder. Sie strecken den Hals gerade, das ist so ein Totstellreflex. Das ist grundsätzlich so, wenn da jemand über die Horstkante schaut, dann stellen sie sich tot und das ist auch für die Tiere lebenserhaltend, weil jede andere Reaktion würde ja nichts bringen, wenn die über die Kante springen, dann sind sie natürlich auch hin. Der wäre ja lebendig, aber wir haben noch mehr von der Sorte. Das hast du zwei bekommen, das geht ja nun gar nicht. Hier habe ich noch was Leckeres. Schau mal hier, du hast überhaupt noch nichts bekommen. Die Störche sind Hans-Gerhard Dirks Nebenjob. Eigentlich ist er Biolehrer. So, hier kriegt ihr noch was. Schau mal her. Hier sind die Jungstörche jetzt, weil sie sonst wahrscheinlich verhungert wären. Da wurde also bei der Bewegung festgestellt, hey, in dem Nest sind vier Stück und wir nehmen mal lieber zwei Stück raus, bevor da was passiert. Wir haben viel Regen gehabt, viel Kälte gehabt und das ist die sichere Nummer, denn man sieht ja, wie viel die fressen können. Das sind nur eine Mahlzeit jetzt. In drei Stunden kann ich wieder hier stehen und die wieder füttern und so geht es den ganzen Tag bis zur Dämmerung durch. Die Altstörche würden das nicht schaffen. Ja, klapper mal, klapper mal, ja, klapper mal, richtig. Der nächste Kandidat. Er ist vier Wochen alt, ein Nachzügler. Würde Dirks ihn jetzt zu den größeren setzen, wäre er ruckzuck erledigt. Das ist ja auch so ein kleiner Storch, kann schon ganze Fische runterschlucken. Vielleicht schafft der Kleine es noch mitzufliegen. Gen Süden, in gerade mal vier Wochen. Es gehört sich eigentlich für einen vernünftigen Storch, dass er im April da ist und spätestens im Mai schon brütet. Das ist hier sozusagen der Rhythmus und wer zu spät kommt, den bestraft nachher das Leben, nicht? Das ist leider so. Es ist Juli. In Rita Lorenzens Garten sitzt ein Storch. Am Tag, an dem das Nest aufgebaut wurde, sagt sie, da zog um zwei Uhr der ganze Trupp ab und... Um fünf war der Storch da. Und ich hab mich so gefreut. Denn am nächsten Tag hatte er eine Dame, die mochte er aber nicht leiden. Die schubste er mit dem Flügel so ganz sachte vom Nest. Und dann ist sie weggeblieben. Seitdem kommt er jeden Tag vorbei. Ihr Storch. Ich kann ihn erkennen. Dieser schreue Blick. Angefangen hat ihre Storchenliebe vor mehr als 35 Jahren. Ihr Sohn soll mal eben den Filmprojektor in Gang setzen. Dann kann sie das zeigen. Beert. Der Sagsglappe. Warum kann man so ein Beeren und zwar? Gestern ging der Projektor noch. Karten spielen ohne Handy. Haben sie extra ausprobiert. Und jetzt? Volker Lorenzen ist Elektromeister hier im Dorf. Noch älter als 40 Jahre. Also das andere Gerät. Damals. Das war ein fürchterlich trockener Sommer und die Störche waren am Verhungern. Das schiebt ja ruck mich. Was? Das schiebt ja ruck mich. Defektes Kabel. Sie, Rita Lorenzen, war es, die damals etwas angestoßen hat. Das war etwas ganz Besonderes, dass sich ein wilder Storch einfach so füttern lässt. Bergenhusen war schon damals Storchenverrückt. Aber das hatte keiner geglaubt. Störche füttern? In diesem Sommer brachte der Storchenvater Rudi Wendt dann regelmäßig Futter raus. Dann fuhr er mit dem Trecker aufs Feld und hackte da die Fische kaputt mit dem Beil. Und dann schmiss er die so durch die Gegend. Und dann kam einer nach dem anderen so rüber. Und wenn Herr Wendt dann nachher mit dem Trecker die Koppel wieder verließ, dann kam sie in Scharen. Der Hunger trieb sie her. Es müssen die Störche der gesamten Umgebung gewesen sein. So viele an einem Ort hat Rita Lorenzen seither nie wiedergesehen. Anfang August. Noch tut sich nichts am Himmel über Bergenhusen. Aber die Zeichen sind klar. Sie sammeln sich schon. Noch einmal satt fressen in den feuchten Wiesen entlang der alten Sorge. In ein paar Tagen wird Abflug sein. Die groß gewordenen Storchenbabys von Hans-Gerhard Dirks sind inzwischen in der Bergenhusener Aufzuchtstation untergebracht. Zeit sie freizulassen. Der Nachzügler aus Dirks Garten. Vielleicht kriegt er noch den Anschluss. Es sind die drei Größeren, die heute freikommen. Das ist gut. So ist schön. So ist schön. Wenn man realistisch ist, dann weiß man ja, dass die Todesrate im ersten Jahr doch erheblich ist. Also bei 50 Prozent liegt sie halt schon. Und auch auf die lange Sicht gesehen kommen höchstens 15 bis 20 Prozent wieder. Aber unsere Störche wurden natürlich jetzt besonders gut gefüttert. Fliegen. Zum ersten Mal im Leben. Für sie ist das eine ganz klare Angelegenheit. Sie springen ja auch irgendwann aus dem Nest raus und dann fliegen sie los, aus dem Haus. Und sie denken sich nichts dabei. Der zweite noch etwas unentschlossen. Rita Lorenzen weiß, dass sich auch ihr Storch zu Hause langsam startklar macht. Der kommt hundertprozentig wieder. Denn so wie er sich im Nest verhalten hat, das Nest ausgebaut und dergleichen. Und dann immer fein runtergesetzt auf dem Pferdedunk. Bestens. Wenn die Zeit um ist, Ende März, so, dann warten wir, dass sie wiederkommt. Nee. Von der Nordsee kamen immer wieder Sturmfluten über die Eider. Bis weit ins Landesinnere richteten sie schlimme Schäden an. Deshalb gibt es seit 1936 die Schleuse Nordfeld bei Friedrichstadt. Und er ist der Schleusenwärter. Aber heute musste er sich freinehmen. Für seinen anderen Beruf. Es ist der 28. Februar. Der allerletzte Tag, an dem sie noch Rät mähen dürfen. Naturschutz. Also, reinhauen. Zusammen mit seinen zwei polnischen Helfern. Einer arbeitet schon zum siebten Mal mit. Kennt jeden Kniff. Merkt sofort, wenn's irgendwo hakt. Und jetzt hakt es. Chef, bekommt Thomas Riechmann zu hören. So schaffen wir das nicht. Der Kollege, der mit ihm zusammenarbeitet, der ist nicht ganz so flott dabei. Der ist dieses Jahr erst angefangen. Und, ja, so ein bisschen nüsselig, würden wir sagen, ist er. Und da hat er sich so ein bisschen drüber beschwert jetzt bei mir. Und muss ich ihm das Zeichen mal ein bisschen zeigen, wie man das ein bisschen schneller machen kann. Riechmann spricht Polnisch, weil seine Frau Polin ist. Und nun hab ich ihm das nochmal erzählt, das muss eben halt ein bisschen schneller gehen, damit wir es heute auch schaffen. Wir werden eh bis in die Dunkelheit noch zu tun haben heute. Knochenarbeit. Besonders, wenn man eigentlich zwei Jobs hat. Aber irgendwie hat es sich so ergeben. Und jetzt mag er keinen von beiden mehr aufgeben. Mein Vater hat früher schon Reet geschnitten, mein Opa hat Reet geschnitten. Und somit bin ich da als Junge schon mit ins Feld gezogen, hab Reet geschnitten. Damals mussten wir mithelfen. Irgendwann war das soweit. Dann haben wir auch Geld dafür bekommen von meinem Vater. Dann hat es natürlich doppelt so viel Spaß gemacht, weil das gab ja auch was aufs Konto. Und mein Vater ist verstorben, seit 2001 ist er verstorben. Und seitdem mach ich das im Nebenerwerb halt weiter. Mit Marzipankuchen, die Mitarbeiter bei Laune halten. Weiter. Zügig. Das Reet wächst zwar im Wasser, aber die Halme müssen trocken geerntet werden. Sonst gammeln sie später auf dem Dach. Die Ernte also gleich morgen vom Feld abtransportieren. Bloß, morgen ist Riechmann wieder Schleusenwärter. Wehre überwachen, Wasserstand regulieren. Vor kurzem war hier noch alles überflutet. Gut fürs Reet. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt beigehe und die Schotten deswegen zulasse und keine Entwässerung durchführe, damit mein Reetfeld ein bisschen länger Wasser hat. Also das machen wir schon nicht. So weit ist es noch nicht gekommen. Und so weit wird es auch nicht kommen. Das Abendessen wird auf später verschoben. Die Unterhemden nass geschwitzt. Jetzt kriecht noch die Kälte dazu. Ein ganzer Tag Arbeit. Das wird für eine Seite vom Dach eines kleinen Hauses reichen. Endlich Feierabend. Das Reet ist ab. Der nächste Morgen. Der andere Job. Auf der Schleuse Nordfeld in Drage. In ein paar Tagen geht die Wintersaison zu Ende. Deshalb jetzt die langen Stege verholen. Von der Binnenlandseite durch die Schleuse rüber auf die andere Seite. Richtung Nordsee. Der Stich hier, der Schwängeljahrs, ist eigentlich die erste Schlosung für uns jetzt nach der Winterpause. Im Winter wird die Anlage auch weiter nicht bedient. Und vor allen Dingen nicht, wenn die Schlosung immer zugefroren ist. Dann dürfen wir die Tore nicht fahren. Weil dann würden wir sie gegen die geschlossene Eisdrecke fahren. Und dann würden die Antriebe kaputt gehen. Das geht gar nicht. Demnächst werden die Stege den Schiffen wieder den Weg in die Schleuse weisen. Erledigt. Der Schlängel ist draußen, wo er hingehört. Neben der Schleuse unter dem alten Backsteingebäude sitzt das Wehr. Eine Wassersperre. Noch strömt die Eider in Richtung Nordsee. Dort, 30 Kilometer weiter, ist längst Flut. Gleich wird das bis hierhin spürbar sein. Die Fließrichtung der Eider kehrt sich um. Nur, das Wasser soll nicht ins Land. Ohne Antrieb. Zugedrückt allein vom Wasser. Drinnen in der Wehranlage gibt es noch 5 weitere Tore. Die brauchen sie im Sommer. Deshalb jetzt schmieren. Es sind riesige Eisentore. Jedes 9 Tonnen schwer. Durch Rauf- oder Runterfahren kann man mit ihnen viel präziser entwässern als mit den Toren draußen. Und bei Trockenheit auch mal Wasser ins Land lassen. Alles Technik von 1936. Besuchergruppen staunen dann jedes Mal, wenn ihr die Tore hochfährt. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Das ist schon ein gewisser, man hat ein großes Veränderungsgefühl in dem Moment, wenn man so eine Anlage bedingt, weil hier hängt ja auch etliche Kilometer Flusslauf dran, wo wir den Wasser regulieren und wo viele auch von abhängig sind. Und das ist schon ein besonderes Gefühl, muss man sagen. Frühstückspause. Jo, mal wieder eine Verwärter, du warst ruhig, ne? Das Rhythmus vom Feld. Wieso, bist du mal fertig? Ja, doch, fertig bin ich. Wie siehst du das? Kannst du von dir mal in der Länge machen für mich? Nein, leider nicht. Hast du keinen Tee? Nein, ich habe keinen Tee. Und du? Ich bin ein Fee. Dann guck bitte eher los vor. Ja, im Blick wird hier. Ja. Aushelfen, Stunden tauschen, das kennen sie schon. Der Mann mit den zwei Jobs. Ich bin fertig. Zwei Monate später. Hier auf dem Hof seiner Eltern in Rehm in Dithmarschen lagert Thomas Riechmann sein Reet. Jetzt müssen die polnischen Helfer es verkaufsfertig machen. Ich kontrolliere die Qualität vom Reet, ob das eine gute Festigkeit hat. Man muss es biegen können und es muss sich wieder zurückstellen. Es darf dabei nicht brechen. Und das ist eine sehr gute Qualität, die wir hier dieses Jahr haben. Und dann guck ich auch mal so die Halmstärke. Die ungefähr vier bis sechs Millimeter Durchmesser haben der Halm. Dann guck ich auch noch mal, ob die Bunde groß genug werden. Das ist auch ganz wichtig, da wir garantieren müssen, dass die Bunde ein Mindestmaß von 60 Zentimeter Umfang haben. Wir haben jetzt 61 Zentimeter. Und das lege ich jetzt ums Bund rum. So, das. Guck mal, ob er das denn auch einhält, vom Knoten zum Knoten. Das ist jetzt 61, das Band. Passt du hier? Das passt, ne? Das ist schon wichtig. Obst du mir Ärger mit dem Dachdäcker, denn der bezahlt ja Bundweite. Den Packtisch hat Thomas Riechmann selbst gebaut. So lässt sich die richtige Menge Reet für einen Bund gut abmessen. Das meiste Reet verkauft er in die Niederlande. Deutsche Kunden nehmen eher ausländisches Reet, weil's etwas länger ist. Und weil es auch gar nicht so viel Hiesiges gibt. Dabei ist das ungarische oder rumänische Reet meist teurer als das heimische. Riechmann bekommt für einen Bund zwei bis zwei Euro dreißig. Obwohl wir dieselbe Arbeit reinstecken, sagt er. Arbeit. Gleich muss er los. Ich muss heute Mittag um 12.45 Uhr auf der Schleuse sein. Deswegen schnell ein bisschen hier noch. Und dann alles klar machen, dass die weiterarbeiten können, die Jungs. Und schnell essen beim Mutter gleich. Und dann geht's zur Schleuse. Dann ist da wieder der Alltag natürlich. Dann geht's da wieder weiter. Dann muss man natürlich abschalten. Da hat man kein Reet mehr im Kopf. Da hat man eben das Wasser und die Schifffahrt dann im Kopf. Thomas Riechmann wohnt mit seiner Familie eigentlich ein paar Dörfer weiter. Wenn die Männer hier auf dem Hof arbeiten, dann versorgt seine Mutter sie. Musst du gar nichts essen? Nee. Äh, du hast doch Mohn, das gibt ja Torte. Ach so, jetzt noch Korn spiel. Ja. Ja. Wo ist es? Nicht so. Thomas muss ich uczyć, Schäfone. Ja, muss ich lernen. Po polski, po nemiecku. Ja? Prosto. Duze Pole. Manchmal, wenn nur sie und die Polen da sind, dann schweigen sie ein ganzes Mittagessen lang. August, Hochsaison auf der Schleuse. Schleusentore auffahren, Signale überprüfen, Zufahren, Wassereinstau starten, volle Konzentration. Einer da unten drängelt schon. Man meint ja immer, die haben Urlaub, die sollen ja eigentlich Zeit haben, aber es gibt tatsächlich welche, die dann auch mal ein bisschen auf die Hupe drücken und meinen, sobald sie gehupt haben, muss das Schleusentore auffliegen. Aber das geht leider nun hier bei uns nicht so. Wenn die Flut kommt, dann muss er mit der Schleuse manchmal zwei Meter fünfzig Wasserunterschied ausgleichen. Und unten fährt der Fischer ein. Der hat ein Jahresabo für die Schleuse, muss jeden Tag hier durch. Kommt das Schiff? Ja. Von nur einem Haufen oder was? Ja, ja. Das Schiff? Natürlich weiß Riechmann, welches Schiff gemeint ist. Jeden Sommer fährt es ein paar Mal hier durch. Für die Eider, für die Untereider ist das Schiff nicht schön. Es nimmt das ganze Wasser raus aus der Eider. Einmal dreht er das alles um und dann, also wenn er Ebbe ist, dann schmeißt er die, also hab ich einmal gehabt, dann bin ich da ganz an die Kanne geschmissen. Man saugt das Ganze mit Wasser heran und dann auch mal kommt das ganze Wasser wieder, also weil das zu schmal ist. Also das Schiff ist einfach zu groß für die Untereider. Eigentlich nur ein ganz normaler Ausflugsdampfer. Die Adler-Princess. Aber für die Schleuse Nordfeld ein verdammt dicker Brocken. Der Kapitän muss für diese Passage von außen steuern. Für die Mitreisenden an Bord ist die enge Schleuse die Attraktion. Fahrzeit! Moin! Gut hergekommen? Ja. Ja, er mag diesen Beruf. Den kurzen Schnack mit Peter, dem Kapitän. Etwa 2200 Schiffe kommen hier im Jahr durch. Das sind sieben pro Tag. Es gibt Schleusen, da läuft alles ohne Personal. Nur Kameraüberwacht. Man macht sich schon Gedanken über seinen Arbeitsplatz hier. Man hat ja auch mal geplant, das zu automatisieren. Das ist aber erstmal wieder vom Tisch jetzt, aus Kostengründen. Sicher, wir nehmen natürlich hier nicht so viel ein jetzt, dass man jetzt sagen kann, ja, das Personal kann davon bezahlt werden. Und irgendwie muss ja auch die Schleuse bedient werden. Gesamteinnahmen heute? 67 Euro. Hallo Nils! Hallo Nils! Kollege, schön, dass du da bist. Das freut mich immer. Dann hätte ich eine Klicksierung. Die Adler Prinzess macht sich auf den Weg nach Rendsburg. Feierabend für Thomas Riechmann auf der Schleuse. Aber noch kein Feierabend in Sachen Reet. Reet ausliefern an eine Baustelle in Drage, dem Dorf, in dem er selbst wohnt. Es gibt Dachdecker, die sagen, hiesiges Reet sei eigentlich besser. Weniger anfällig gegen Pilzbefall, weil das Reet sich schon beim Wachsen an unser Klima hier gewöhnt. Seit elf Jahren erntet und verkauft Riechmann jetzt Reet. Noch nie hatte bisher einer in seinem Dorf sein Reet gekauft. Ich freue mich erstmal unheimlich. Und bin auch eine ganze Ecke stolz darauf, dass ich hier in Drage, dass man mir hier das Vertrauen schenkt. Dass man mein Reet hier aufs Dach haben möchte und nicht auf ausländische Ware zurückgreift, sondern wirklich sagt, das einheimische Reet, das soll hier jetzt bei mir aufs Dach. Das ist eine alte Schule hier von 1800, ich glaube aus den 30er Jahren. Und ja, das freut mich natürlich unheimlich, dass ich mich hier mit meinem Reet auch in dem Ort, wo ich wohne, wo ich zu Hause bin, mich präsentieren kann. Ich komme heute Abend nochmal rum. Auf ein Bier. Tschüss. Überall Entwässerungsgräben und Pumpstationen. Im 17. Jahrhundert waren es holländische Wasserbauer, die den Kampf gegen die Überschwemmungen aufnahmen. Herzog Friedrich III. hat sie ins Land geholt. Ihre Stadt nannten sie deshalb Friedrichstadt. Inzwischen Touristenattraktionen. Genauso wie die Träne als Kanurevier. So ein bisschen Ahnung hat hier eigentlich nur er. All seine Helfer sind Laien. Wir haben letzte Woche Freitag das Material hier bekommen und wussten noch gar nicht, wo was hingehört. Und das mussten wir uns dann halt erstmal aufmalen und aufzeigen. Der alte Steg war nämlich hot. Ausgerechnet dieser hier in Langstedt, an dem alle Kanuvermieter im Sommer ihre Boote einsetzen. Wir lassen das machen, hat das Amt gesagt. Aber zahlen ist ihr. Ich meine, das handelt sich da für jeden Kanuvermieter um 5000 Euro, die wir dann hier investieren sollten und wo andere dann halt den Steg bauen. Offizielle Firmen. Und da hat meine Frau gesagt, ja mein Mann ist ja gelernter Zimmerer, wir haben unseren eigenen Steg halt auch gebaut. Das werden wir wohl hinkriegen. 5000 Euro. Das hätten sie nicht gepackt. Die Petersen sind mit die kleinsten Vermieter an der Träne. Im Nebenerwerb. Dann wäre unser Verdienst vom letzten Jahr weg gewesen. Denn das letzte Jahr war ja nicht so doll. Wir hatten ja so einen schlechten Sommer. Und das war das, was wir eingenommen haben, das wäre dann nur für diesen Bootssteg draufgegangen. Und deshalb bauen sie den Steg jetzt zusammen mit den anderen sechs Kanuvermietern. Wir haben noch nie Konkurrenz gehabt. Dass der eine den anderen da was wegnimmt oder so, das gibt's gar nicht. Wir haben überwiegend auch Stammkunden, die kommen zu uns. Wenn die nicht zufrieden sind, gehen sie zu Petersen. Da sind sie dann noch unzufrieden. Ende April. Raus mit den Kanus aus dem Winterlager. Angefangen haben die Petersens mit dem Kanuverleih, weil ständig Leute bei ihnen nach Booten fragten. Die lagen draußen im Garten an der Träne. Die Privatkanus der Familie. Das war vor 21 Jahren. Seitdem jedes Jahr im Frühjahr wieder Anlaufschwierigkeiten. Wir haben jetzt gerade wieder ein Problem, dass wir eine Stelle, wo gut gezeltet werden kann, ist jetzt auch zugemacht worden. Und nun haben wir natürlich ein Problem, dass der Abstand von einem Zeltplatz zum nächsten zu groß ist. Und nun müssen wir sehen, dass wir das irgendwie aufgefangen kriegen. Weil die Leute möchten ja auch gerne mal zwei, drei, vier Tage unterwegs sein und auch zelten zwischendurch. Und wenn die dann anstatt ihre zehn bis zwanzig Kilometer auf einmal fast 30 paddeln müssen, dann ist es schon kompliziert. Vom Winterlager im Nachbardorf zu Petersens Resthof in Hünning, nordwestlich von Schleswig. Auf der Wiese hinterm Haus ein einfacher Zeltplatz. Brauchen wir es alle mit, ne? Für vier Euro die Nacht kann ein Kanufahrer hier campen. Feuerholz inklusive. Direkt am Ufer der Träne. Da wurde der Samt so aufgeschwommen. Die Träne kenne ich nun fast in- und auswendig, aber da sie sich jährlich verändert, ist es auch immer schön, hier mal eine Tour zu machen. Es ist ruhig, hier ist weiter nichts. Kein Bootsverkehr, kein Motorboot, kein Schiffsverkehr in dem Sinne, halt nur Kajak und Kanus. Hin und wieder gibt es mal ein Floß, was sich die jungen Leute zusammenbasteln. Die erste Kanu-Tour der Saison. Probefahrt. Fluss aufwärts einsetzen und dann mit der Strömung nach Hause paddeln. Stacheldrahtzaun an der Böschung. Das müssen sie den Bauern sagen, denn das ist gefährlich. Und dann wird die Strömung plötzlich stärker. Das ist eine Sache, die ist jetzt auch im letzten Winter passiert. Es ist schon so schmal gewesen und aus der Kurve raus spürt die Träne rein und bricht dann durch. Normalerweise geht es hier auf der linken Hand weiter und nicht rechts rum. Die Träne hat sich ein neues Bett gesucht. Sozusagen eine Schleife ausgelassen. Wer bei Petersens ein Kanu mietet, der soll vorher erfahren, was ihm unterwegs begegnet. An der Betonbrücke das Boot bei Hochwasser lieber außen herum tragen. Wir empfehlen immer Ehepaare, sollten nicht zusammen in ein Boot. Spätestens wenn gekettert wird, dann kommt der Streit. Aber natürlich nur bei Kanu-Amateuren, nicht bei Anke und Werner Petersen. Schleiforten. Schleiforten. Es ist Juli. Wenn Sie jetzt weiterfahren, kommt nochmal eine Brücke ohne Geländer, eine Betonbrücke. Die ist mit Vorsicht zu genießen, weil der Wasserstand sich ja auch täglich ändert. Es kommt darauf an, wie viele Leute im Boot sitzen, wie viel Tiefgang man hat. Ich sag immer, wenn Sie die Brücke sehen, hören Sie auf zu paddeln, fahren Sie langsam ran und dann schätzen Sie ab, passe ich da durch oder passe ich da nicht durch. Hier, Buppi, du hast ziemlich viel Seiten. Du hast ein bisschen Tiefgang gejagt. Mitten drin sein im Gewühl. Einmal unterschreiben, bitte. Das macht Anke Petersen Spaß. Wir haben jetzt elf Paar, elf Kanu bekommen, 23 Paddeln und elf Tonnen. Die Freiwillige Feuerwehr Bollingstedt ist noch nicht der Kanu erfahren. Der neue Steg samt Rampe bewährt sich bestens. Warten auf das letzte Boot. Das ist nicht guck, 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 guck. Ruhe! Ich bin hier, alles gut. Hier ist dein Paddelschatz. Das traurig noch nicht. Doch, gleich. Um wieder nach oben zu kommen. Und tschüss. Und tschüss. Drei Stunden Fahrt sind es bis zum Ziel, bei Petersens Zuhause. Aber dafür muss man erst mal loskommen. Also euch beiden seh ich schon nass, bis auf uns. Nein! Ruhe! Klammern, Klammern! Setz dich dran! Ruhig sein, ruhig sein! Tut ihn mal um. Du musst auf der anderen Seite nur gegenhalten, Schatz. Ey, du fährst nicht in die Botanik! Alles gut, Herr. Gut zu wissen, die Träne ist hier an den meisten Stellen nur einen Meter tief. Ja, wisst ihr, wie viel Wasser hier drin ist? Nein, nicht viel. Ich steig jetzt ein. Hältst du bitte fest? Nee, steig auch ein jetzt. Der zweite Versuch. Da, hier, hier gehe ich. Es! Oh, Schatz! Nein! Alles gut! Das war nur ein Spaß. Das war nur ein Scherz. Ist dein Spaß jetzt fertig? Gib Gas. Und halt die Balance jetzt. Ich halt. Und gib Gas. Und dann kann's losgehen. Die Feuerwehr Bollingstedt geht auf große Fahrt. 80 Anmeldungen haben die Petersens für heute. Strammes Programm. Tschüss. In einer Stunde wollen die Nächsten starten. Zwischendrin schnell die 8 Kilometer nach Hause. An manchen Tagen fährt sie die fünfmal hin und her. Gleich die Bäder vom Zeltplatz machen. Nachher noch Bettenwechsel in der Ferienwohnung. Außerdem an den Computer und ein paar Anfragen wegen der Kanuvermietung beantworten. Früher hatte sie noch ein Kiosk am Zeltplatz und die Kinder waren klein. Wie sie das geschafft hat, ist ihr heute ein Rätsel. Einmal durchatmen. Alle sind unterwegs. Eine Gruppe zeltet schon seit ein paar Tagen. Stammgäste. Die haben gestern gefeiert. Ansonsten kein guter Kanu-Sommer bislang. Wieder zu viel Regen. Ein Drittel weniger verdient als in guten Jahren. Aber heute ist ein perfekter Tränetag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Freiwillige Feuerwehr Bollingstedt ist angekommen. Häng das ein. Einfach einhängen und dann rüberkriegen. Und weiter ein bisschen stücken. Jupp, gut. Auch die Gekenderten haben es geschafft. Alles gut. Wir sind schon fast wieder trocken. Wir sind nicht mehr umgekehrt. Hat das Dämpfing schon gebadet? Die weißen Söckchen inzwischen grau. Du hast die Haare schön. Heute stimmt die Kasse sogar mal. Und es kommen bestimmt auch wieder Sommer mit besserem Kanuwetter. Alles gut hier? Wir sind ja im Chor. Und in schlechten Jahren zeigt sich, wer die wirklich treuen Besucher sind. Lohn zum Aufgeben, würde ich sagen, nein. Ganz einfach, aus dem Grunde, es macht schon Spaß, wenn ich hier, wenn ich diese netten Gäste hier sehe, die jedes Jahr wiederkommen, wo wir dann mal dazustoßen, die geben einen aus, wir geben einen aus. Wenn sie mitgekriegt haben, 16, 17 Jahre, der ist hier schon über 21, alleine schon hier gewesen. Das ist ein Spaßfaktor. Lassen wir uns nicht nehmen. Wir auch nicht. Schön. Wir auch nicht. Ja, oder? Alle hören Ende ein. Aber alle hören das nicht. Alle Blöde. Der Hohner See. Der letzte Flachsee der Region. Nirgendwo tiefer als einen Meter. Überschwemmungsgebiete und Sümpfe. Armen Bauern versprach man fruchtbares Land, wenn sie kämen, um die Moore trocken zu legen. Nach Jahrzehnten schwerer Arbeit gaben viele enttäuscht auf. Und heute ist es die schönste Landschaft, die man nur finden kann, sagen die Tränefischer von Wolde. Wenn das Gras wieder grün wird, jetzt im April, dann werden sie unruhig. Seit 35 Jahren mindestens fischen die beiden zusammen. Mit Reusen und Stellnetzen. Und fast genauso lange kabbeln sie sich. Beide. Möchtest du halt nicht da? Nee. Moin. Moin, Moin. Moin, gut. Ja. Na ja. Kalt gut? Ja, kalt. Na. Na ja. Ja, wir haben so viel Tippe, die durchknacken, wie man arbeitet. Ja, das ist so gut. Wie man das erst mal bauen, dauert. Ja, ja. Sonst waren halt nix. Heute wollen sie die Reuse fertig machen. Kontrollieren, ob irgendwo noch Löcher sind. Das Netz ist schon alt, viel schwerer als ein neues. Als Berufstätige konnten sie immer erst nach der Arbeit fischen. Das ist jetzt natürlich viel besser. So. Ja. Um drei. Jedenfalls, die Reuse ist 20 Jahre alt. Horst Kruse, 77. Ich meine, das ist richtig so. Günter Thomsen, 69. So, das schnürst du doch an. So hoch rauf, was geht. Ah ja. Und Christian Gerd, 85. Jetzt sind ich doch fast. Warum heißt es Knöpfer in der Welt? Schniede Knöpfer. Ich riet ja ab. Oh, ho, 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 ho. So, das kann der Kempfer her. Ja, Mann. Oh, sie kämpfen noch nie los. Nimm es. Siehst du? Hier, den bist du Knöpfer hoch. Ja, natürlich will ich Knöpfer haben. Ja, das passt. Ja, lass den linken. Nee. So, komm her. Danke. Ach, ich denke, das passt. So, du holst den Polby hier. Zwei kaputte Maschen. Und der Aal kommt wieder raus. Eine kaputte Hüfte und der Fischer kommt nicht mehr ins Boot. Dieses Jahr bräuchte Günter Thomsen dringend einen Kompagnon. Ja, ich hatte früher mal einen Partner und der wollte nicht mehr. Und er hätte es gerne auch mit zwei Mann gemacht. Wo soll ich ihn? Aber wer fischst schon mit ihm zusammen, also ich würde es auch nicht machen. Ja, das ist richtig. Also wird Günter Thomsen seine Reuse in die Träne stellen lassen. Irgendwer wird sie für ihn auch kontrollieren müssen. Kruse und Gerz schaffen das nicht. Er kann besser nähen und ich kann besser gucken. Ich finde die Löcher und er macht sie dick. Gut, wenn du das ächst. Rein theoretisch könnten sie auch mal tauschen. Das will er ja nicht. Mit seinen Fingern da hier. Warum? Hier, mit seinem Finger. Das war mal ein großer Hecht, war das mal. 18-Fündiger. Ja, ja, ja. Ja. Das passiert auch dabei. Anglerlatein. Haben sie schon als Jungs gelernt. Bei den Ohlen-Gries-Köppen, den alten Fischern. Und jetzt haben sie selber die grauen Haare. Ein paar Tage später, Anfang Mai. Endlich. Heute soll die Reuse ins Wasser. Sie haben sich Hilfe dazu geholt. Christian Gerds Sohn. Hilfe! Hilfe! Zuerst gleich die Eisenstangen einschlagen, an denen dann die Reuse aufgehängt wird. Ich denke, die Faden ist über 80. Gerd Junior hält das Gleichgewicht beim Einschlagen. Gerd Senior hält die Stange. Horst Kruse hält das Boot gegen die Strömung am Platz. Schwer. Wo ist die Homme? Das ist 10 Kilo. Damit schaffen wir es nicht. Das können wir nicht. Und bei der Höhe, die Stange halten, bloß. Kloppen, ne? Das ist nicht so einfach. Ich sag, vor 15 Jahren haben wir das selber gemacht. Da ging das noch. Ja, ja. Und jetzt nicht mehr. Da wären wir jung raus, ne? Jung wären wir nie, aber jünger. Ja, ja. Jetzt sind sie eben ein bisschen älter. Jo, jo, ich kippe bald ab. Auch bald, aber erst bald. Bald ist ein weiter Begriff. Das ist ein relativ. Das dehnt, dehnt das. Relativ. Aufgeben und dann nicht mehr jeden Tag raus? Reusen kontrollieren, das Wasser riechen. Hier, auf der Träne bei Wolde. Man muss hier geboren sein, dann finden wir diese Landschaft sehr schön. Diese grünen Wiesen, wo finden sie denn diese weiten Flecken noch? In der Marsch? In der Marsch, ja. Aber das ist ja wieder anders. Wie bei uns, ne? Wolde ist für mich meine Heimat. Hier bin ich geboren und hier weg her. Die Reuse liegt perfekt in der Strömung. Fertig. Noch abschließend gegen Fischdiebe. Günther Thomsen ist vorbeigekommen. Seine Reuse ist auch schon im Wasser. Einen Kilometer Fluss abwärts. Das war unsere alte Stelle. Da haben wir früher gestanden. Ja. Ja. Weil wir Mitleid mit ihnen haben. Und macht das mal nie zu doll. Er hört das ja nicht. Nein, er hört so. Das Recht, hier in der Träne fischen zu dürfen, haben die Wolder schriftlich. Ein kluger Vorfahre hat es ins Gewässerbuch des Landes eintragen lassen. Begründet mit dem Vermerk, dass sie ja schon seit unvordenklicher Verjährung hier fischen. Das wird ein anstrengender Mauer da. Das ist so eine Sache für die da. Und der Chef ist da. Moin, Günther. Moin, haben wir direkt reden? Ja, und wie? Ohne die zu kommen? Oh, nein. Nein? Das scharfe halten, ja. Und nun geht das los. Ja. Morgen war der erste Rathauer. Ja. Ne, wenn wir Glück haben. Prost, Kaffee. Ne, der Kaffee. Ja. Dann nix mit der Tonne. Prost. 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 Saison 2002 veröffnet. Es ist Frühsommer. Mit Günther Thomsens Hüfte wird es besser. Einen Kilometer weiter flussaufwärts haben auch die anderen einen Aal in ihrer Häuser. Fünf Wochen später. Und alles ist Mist. Sie hatten Hochwasser. Einen Meter höher als jetzt. Die Strömung hat eine der Eisenstangen weggerissen. Die Reuse ist noch da, aber unter Wasser zusammengeklappt und verheddert. Da kommen noch ein paar Gewüchen. Alles Dreck. Gestern haben sie es nicht geschafft, das Ding aus dem Wasser zu ziehen. Deshalb heute mit mehr Unterstützung. So sieht das Ding aus. Und noch eine schlechte Nachricht. Christian Gertz ist vor ein paar Tagen gestürzt. Hat sich den Arm gebrochen. Der Kohlwunsch, 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 der Kohlwunsch. Das kriegt ihr jeden Tag Massage drin. Mehr hat nicht zu tun, die Binde ist weg. Ja, das passt alles zusammen. Die Reuse hat innen einen riesigen Riss. Und das ausgerechnet jetzt, wo der Aal läuft. Treibaal, weiß jeder Fischer. Kommt mit und nach dem Hochwasser. Schade ist, dass das immer uns passiert. Und die anderen Kollegen, die lachen. Kommt dabei raus. Zwei Aale waren trotzdem noch drin. Ende August. Heute wird geräuchert. Zuerst mit Buchenholz und dann ein bisschen Erle dazu. Altes Rezept von den Grießköppen, den alten Fischern. Christian Gerds Arm ist wieder halbwegs in Ordnung. Das ist nur ein wenig Schönheit, damit der Kopf gerade aus ist. Sonst sieht das aus, wenn ich tot bin. Räuchern ist schön. Wegen der Wartezeit. Schnacken. Vom Plümpern zum Beispiel. Dem Abfischen auf der Träne am Ende der Saison. Du bist doch ganz selten da. Komm hin. Wir sind oben. Also gar. Temperatur runter. Jetzt noch drei Stunden im Rauch lassen. Weiter schnacken. Wie ein Angelverein ihnen verbieten wollte, mit den Reusen zu fischen. Aber ist ihr eingetragenes Recht? Da waren sich alle Wolder Fischer einig. Wir halten zusammen. Ohne Zusammenhalt geht überhaupt nichts. Geld verdienen dürfen sie mit ihren Aalen nicht. Das steht in der Satzung vom Fischereiverein. Das sind die Träne-Aale, sind das. Die sind in keinem Geschäft zu kaufen. Nur für sie bei uns. Mehr nicht. Du hängst sie da ab und lasst sie nicht fallen, ne? Mh, das schmeckt. Mh. Ende Oktober. Der ganze Fischereiverein auf den Beinen. Günter Thomsen organisiert. Ralf, wo ist Ralf? Ich von hier. Ja, ja. Du schaffst mit mit den Kasten. Ja, dann stamp wie Ars. Ja. Ne? Heute Plimpern. Sozusagen Fischtreibjagd. Uralte Traditionen wohl. Erst einmal Stellnetze quer über die Träne stecken. An verschiedenen Stellen. Das Kommando für die Kollegen einen halben Kilometer entfernt. Die haben zwei Stangen, hier sechs Meter lang, an deren Ende eine Art Trichter sitzt. Der drückt Luftblasen an den Grund. Ein Geräusch, das die Fische aufscheucht und in die Stellnetze treibt. Guten Morgen, Herr Brass. Guten Morgen, Herr Brass. Guten Morgen, Herr Brass. Eine Brasse. Der erste Fisch des Tages wird immer persönlich begrüßt. Ne, wie lange es regnet. Fischen ist schon was Feines. Das Wetter ist herrlich und die Saison war gut. Trotz kaputter Reuse, trotz gebrochenen Arms. Fische aufteilen. Gerecht. Genauso wie früher. Fünf Haufen für die, die am meisten mitgearbeitet haben. Umdrehen. Blind verteilen. Die alten Grauköpfe von damals wären wohl einverstanden mit ihren Nachfolgern. Die wären zufrieden mit uns. Ganz sicher. Wir haben ja viel von denen gelernt. Und das geben wir heute auch noch weiter. Bloß die Jugend heute, die begreift so schwer. Das ist das Problem. Ich kann es nicht beherrschen. Wer, will ich so arbeiten? Ich kann es nicht beherrschen.